Moin ihr Baggerlooten, herzlich willkommen zurück zu der Stanley Parabel, Folge Nummer 2. So, diesmal hauen wir direkt mal hier aus diesem Büro aus, bevor wir uns wieder irgendwie irgendwo hin porten. Ja, machen wir mal aus. Mip, mip, so. Was? Ja, wo? What? Was? Im Ernst? Wir müssen ganz oft klicken. Tut mir leid. Ich muss sagen, ich fühle noch nicht die Satisfaktion, die wahrheitlichen Effort für eine noble cause. Vielleicht 50 Klicks wird es tun. Ja, fast sicherlich 50 Klicks. What? Was ist in Raum 430 drin? Ich drück ganz oft? No, 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 I'm still not feeling it. I want this achievement to have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment. A willingness to go all the way, no matter what the cost. Why don't you go put 20 Klicks into door number 417? Wo sind die? Äh, gehen wir gleich hin. Aber wisst ihr, wir bleiben nochmal hier. Ich drück mal ganz oft drauf. Vielleicht sagt er noch was. Unbedingt, weil wir halt nicht zu 417 gehen. Ich drück ganz oft. Ne, das ist ja super. Das ist ja... Das ist total geil. Okay. Pass mal auf, ich guck mal, hab ich irgendwie... Ähm, nee, okay. Ich hätte gerade mal im Overlay geguckt, ob ich da zufällig irgendwas finde. Okay. Ich weiß nicht, ob da noch was passiert. Ich glaub grad nicht. Ich geb... Vor allem, dass die Musik auch einfach aufgehört hat in dem Moment, ne? Total super. Was ist denn da hinten? 4B6? Was ist das denn? Okay. Können wir da auch noch hin? Da! Ich drück mal ganz oft gegen, das ist ja die Typ... Nicht dein Ernst. What the fuck? Der schickt... Der schickt uns von A nach B. Was soll denn der Scheiß? Wo ist ein 437? Ach, da! Ey, das ist doch nicht wahr! Wie? Das ist so gut! Ja, 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 ja! 437, 437, schnell, wo ist sie? War das nicht die erste Tür? Da, nee. Wo haben wir einen Kopierer? Hier! Ja, 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 ja! Oh, ich bin heiß drauf! Ich bin heiß drauf! 417 war das, ne? Wo ist der? Wo ist der? Und pass auf, und gleich kommen wir da irgendwo nicht ran. 419, 419. Wir sind zu weit. Pass auf, den gibt es gar nicht. Den gibt das gar nicht. Hab ihn! Oh! A rating input! Yes! This is great! You're putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. Äh, da sind wir vorbeigelaufen? Ey, wie, wie bescheuert das ist. Ja, 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 schnell! Kopierer, Kopierer, Kopierer! Wo, 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 wo ist der fucking Kopierer? Hier ist der Kopierer! Schnell! Finishing off, Stanley! 5 Clicks on door 416. Yes! We did it! Oh, wow. That felt amazing. Oh, you really earned it, Stanley. Nothing could hold you back. Yes, I'm very proud of how far we've come today. Just think, only a few minutes ago you believed an achievement was worth 5 little clicks. Really now? What were you thinking? Das Achievement heißt tatsächlich 5 Klicks auf Tür 430. Oh, wie geil. Employee Database. Aus. Mal gucken, ob wir alle... Ist das vielleicht auch ein Achievement? Oh, ich liebe ja, Achievement zu jagen, ne? Mal gucken, ob wir alle Computer, die wir finden, ausmachen können. Okay, den nicht. Schade. Ja, was da? Können wir hier lang? Hallo? Hallo? Geht das doch auch irgendwo hin? Äh, okay. Hm. Geht das auch nicht weiter? Irgendwie? Oh. Hey! Der spielt da hinten so lied her. Guck mal. Der hat so lied her gespielt. Ich klicke auf jede fucking Tür. Vielleicht finde ich was. Heute nicht, mein Freund. Heute nicht. Heute nicht. Eventuell. Vielleicht wollte er einen Stopp by the Employee Lounge first, just to admire it. Eventuell. Selbst wenn, du weißt das nicht. Du weißt es nicht. Das geht dich auch nichts an. Das ist schon wieder so ein B. Was ist mit, was ist mit diesen Räumen los? Pausenraum. 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 Ja, klar. Ja. Warum nicht? Willst du irgendwas dagegen sagen? Das ist ein sehr, sehr schöner Raum. Möglich. Aber dann hätte ich ja auch ganz viele Leute, die in meiner Umgebung irgendwie alle abhauen. Stanley sat around waiting for more dialogue. But when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. Welche bloß? Welche Nachricht könnte es sein, die das Spiel uns senden möchte? Ich komm nicht drauf. Kommt ihr drauf? Vielleicht, dass es hier nichts zu sehen gibt? Aber nein. Ich glaube, gerade jetzt ist der Moment, wo wir wirklich warten müssen. Ich glaube, wir müssen warten. So. Ist ein schöner Raum. Ich geh mal kurz weg, ne? Das war's. Warte mal, ich, äh, muss hier mal kurz... Warte, warte, warte. Hier, hier mal, ja, ja, da ist die Nummer. Ja, ein Sekunde, ein Sekunde. Moment, Moment. Ah, äh, klingel. Ja, hallo? Ja. Ähm. Ja, ähm, hier bei der Stanley Parabe, ne? Ja, ja, ja. Ja, genau, genau. Ja, ich, äh, mach hier so eine Aufnahme, so für, für YouTube. Und, da bin ich jetzt in so einem Raum, da, der Pausenraum. Und, äh, irgendwie passiert da nix. Ich soll was? Ich soll weitergehen? Das ist doch jetzt Quatsch. Ich glaub, ich glaub, der sagt doch gleich noch irgendwas, ne? Ja, 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 der hat gesagt, dass er mir ne Nachricht, dass da nix kommt und er mir ne Nachricht geben. Ähm, aber, äh, ich, 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 was, 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 was wollte der mir denn damit sagen? Ha? Ach, dass ich weiterge... Neee. Äh, das ist doch Quatsch jetzt. Ne, gut, okay, okay, ja, 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 YouTube, genau, genug, genug. Ja, mal, ne, raufgucken, so mit Moin, ihr Bagaluten und so, ne? Genau. Ja, 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 hm, sag ich auch noch meistens was anderes auch noch, ne? Äh, ja, ja, genau, genau, genau. Gut, gut, wir sehen, ja, tschüss. Ja, ähm, ich, ich glaube, hier kommt nix mehr. Hab ich mir grad ausgedacht. So. Dem ich hier jede Tür geöffnet und geguckt habe. Hm. 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 Hm, erst mal die Option abche... Uh. Nein, verdammt! Da hinten. Hm. Ich will hier runter. Ey. Runter ist, glaube ich, schon mal nicht verkehrt. Loading, 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 lo. Das ist der Ladebalkensong. Das ist der Ladebildschirmlied. Aber Stanley wollte nicht zurück in die Office gehen. Er wollte, um zu überwinden und um zu weit weg zu kommen. Also, um zurück zu kommen, musste er, ähm... Ähm, äh, äh... Du, 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 du. Von hier ist, ähm... Left. Ja? Okay. Äh, äh, äh... Hallo? Hä? Warte mal. Komm, komm ich hier lang? Der verarscht mich doch wieder. Das geht doch schon wieder zu... Das frage ich mich die ganze Zeit. Oh, dear. Warte mal kurz, bitte. Warte mal kurz, links, 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 links... Ja, ja, okay, 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 ja, ich habe es jetzt. Das Story ist absolut, definitiv hierher. Ach so. Mhm. Warum nicht da? Hä? Hä? Was macht denn das Gar... Hä? Garagentor? Kein Garagentor. Hä? Deko? Deko? Okay. Also, äh, ich kenne ja nicht solche Leute, die hier irgendwie sowas sich als Deko irgendwie in die Wohnung stellen, ne? Das ist ja auch keine Wohnung, das wäre jetzt Unsinn. Wow! Ach, cool, 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 cool! Nö! Hier haben wir geguckt! Da unten stand ich und hab hier hochgeguckt. Ach, geil! Äh, nein, 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 na! Hahaha! Wie geil! Ähm, hey! Was soll der Rotz? Kann ich das nochmal machen? Verdammt! Das war gut! Das war verdammt gut! Ich hab keinen Bock! Auf die... Sache da! Was soll denn das? Wenn Stanley... Hä? Wait, was? Wird diese Märtyren? Was? Hab ich gemerkt! Ey! Stanley, ich hab nichts gemacht! Hä? Richtig! Hä? It's an adventure! What? Let's find the story! Uh, wir finden die Story! Mal? Ähm, ja. Ähm, okay, hier könnten wir... Ich glaub, wir könnten hier lang, ne? Ähm, wir könnten natürlich auch hier lang, aber... Äh, ich geh mal hier hin. Ja, auch alles doppelt, ne? Hallo? Hier vielleicht... Story! What? Das sind für Räume! Was? Äh, was?! Ey, ihr verarscht mich doch! Soll denn das? Okay, liebe Leute... Ähm... Keine Ahnung, ob ich... Ähm, ja... Ich bin ein wenig irritiert. Auf jeden Fall, wir gucken hier in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Winke, winke! Ciao! Haha! Und tschüss! Verdammt! Wir fern mal! Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja... Und heute war, wir müssen... Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja... Ja, ich bin ja... Ich bin ja, ich bin ja... Weiss! Und dringend.